Es war nicht schön, aber es ist vorbei. Wollt ihr das wirklich tun? Trotzdem, was ich mit den letzten paar Millionen gemacht habe. Seht ihr, wie ich lächle? Das passiert mir jedes Mal, wenn ich eine Minigun finde. Nimm deine dreckigen, madenverseuchten Griffe von mir! Bringt es mal, wenn ich schneller kaue? Ich habe keine Munition! Das lobe ich mir, verdammt! Ich will dieser pulsierenden Energiekugel nicht zu nahe kommen! Zeit zum Durchdrehen! Jetzt bleiben nur noch du, 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 du und ich! Ihr Freaks! Davon kann man nicht genug haben! Wenn jemand die Macht hat, Bretter anzubringen, warum hilft er uns dann nicht öfter? Ich bin sicher, Mütterchen Russland atmet gerade erleichtert auf! Ich denke, mein Drocher hätte gerne etwas heißer Action! Lärst meine Faust kennen, Madenfresser! Gut, ihr müsst euch nicht auf jeden Fall verhören, was die Richter zu finden. Dieses Mal ist, was wir ja jetzt machen, was wir nicht machen können! Ich bin jetzt im Fall verhören, mir liegt die wooden E-Berechnik von ihm! Ich bin jetzt nicht in der letzten paar Wochen, aber ich bin jetztiker gekommen! Bruder, verdammt auch mal Zeit, dass Zeit zum zuglachen wird! Ich schaue euch den Knochen aus dem Kiefer, Knochen-Kiefer! Knochen-Kiefer! Bruder, verdammt auch mal Zeit! Ich bin bereit, dass es Zeit zum Schulklassen wird. Ich nehme dir deine Meile und du gibst immer noch nicht auf. Respekt. Respekt. Respekt.